Es gibt eine geheime und extrem seltene Tarnung auf Rebirth Island zu erspielen und ich zeige euch heute, wie das funktioniert. Dafür müsst ihr zu den biometrischen Scannern gehen und dort eine Karte holen, die ihr dann am Shop einlösen könnt. Dafür bekommt ihr je nachdem welcher Seltenheitsgrad. Das ist übrigens auch cool Loot eigentlich bis zu einem Loadout. Und diese biometrische Keycard müsst ihr euch jeden Tag abholen und es gibt dafür dann Rewards nach 3, 7, 12, 17, 21 und 27 Tagen in Folge. Und nach 27 Tagen bekommt ihr eine geheime Tarnung. Lasst gerne ein Follow da, denn ich werde es mir auf jeden Fall holen.